So, meine lieben Freunde, jetzt befinden wir uns hier wieder bei Battlefield im Eroberungsmodus. So. Ach, das ist gar kein neuer Spielmodi. Hä? Ich hatte gerade auf dem Server geklickt, da stand da Plünderung. Komisch. So, ähm... Was spielen wir denn? Spielen wir hier... Hm. Ich weiß nicht, ich habe mir für irgendwas meine Armbrust freigeschalten gehabt, als ich mal ein bisschen gezockt habe. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, für welche Klasse das es war. Verdammt. Ach ja, Armbrust gucke. Gut. Fangen wir an. Nettes Ding. So, gehen wir mal zu Punkt D. Ah, das ist ein Riesengelände hier, hm? So, keine Ahnung, was die Karte für uns bereithält. Ich spiele die gerade das erste Mal. Aber es scheint doch einiges größer zu sein, als die anderen Karten, die wir bis jetzt gespielt haben. Ach du. Hier ist was los, sage ich euch. Ist der schon tot? Scheinbar. Schmeißen wir einfach mal eine Granate. Jetzt suchen wir hier mal die Gegend ab, nach Gegnern. Wird sich ja bestimmt der eine oder andere hier rumtummeln. Uncool. So, Jungs, ich bin hier. Da oben. Nein, da wollte ich ihn gerade ins Visier nehmen, dem Penner. Oh, ich wurde wiederbelebt. Das ist gut so. Mann, schon wieder. Diese fucking Camper. Ja, genau, du, Hendjicks. Ich glaube, ich packe einen Mörser aus und dann haue ich einen Mörser um die Ohren. Oh, ich wurde nicht wiederbelebt. Scheiße, wo stand ich denn hier? Ich habe mir natürlich wieder keinen Startpunkt ausgewählt, so schlau, wie ich bin. So, hier gab es auch irgendwo auch Fahrzeuge. Achtung, das Einsatzziel wurde gerade neutralisiert. Was ist denn hier los? Ach, das sind unsere? Geh weg. Wer übernimmt hier unser Ding? Na komm, mach fertig. Sehr schön. Mann, wieso komme ich denn nicht zum Schießen? Das ist doch diese verasselte Maus. Ja, ich spiele immer noch mit der alten Maus, weil ich mir noch keine neue geholt habe. Was ist das denn? Wer rupt denn hier? Ach ja, buch. Halt. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Junge? Lass mich. So, fahr doch. Du Scheißkiste. Mein Gott. Mörser. Hä? Ein Mörser? Also irgendwie haben wir bis jetzt noch keinen Kill gemacht, ne? Nee. Hm. Ich würde auch eigentlich nur mal die Armbrust ausprobieren, verdammt. So, die sind alle nach oben gegangen, die Jungs. Mann, hab ich wenigstens getroffen mit dem blöden Ding. Also geschossen hab ich. Anscheinend nicht. Hm. Wie soll ich da denn rausfinden, ob das Ding gut ist oder nicht? Immer noch keinen Kill gemacht. So, ich muss hier immer wieder mal ein bisschen die Zeit mit im Auge behalten. Weil ich bin quasi gerade auf dem Weg. Ach so, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Oh. So. 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 Ich brauche mal jemanden zum Testen. Hallo, ich brauche mal einen zum Testen, bitte. Oh ne, das ist eine Lampe. Lange Nachladzeiten hat's. Was war das denn jetzt? Wo kommen die denn? Wo schießt denn der? Mann. Ich hasse jetzt, wer ist so total unübersichtlich ist. Ach, ich wurde wiederbelebt. Wie toll. So. Mann. Ich glaube, ich muss da hier auf der Deathmatchkarte. Super. Jetzt muss das Ding nur noch ein bisschen besser ziehen können. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert. Over. Nein. Spezialisierung Munitionsgott. Hä, das hat man doch voll schon mal freigeschalten, oder nicht? Komisch, komisch, komisch. So, ähm, gehen wir einfach mal zum Kollegen hier. Hallo. So, den Bock haben sie jetzt schon wieder eingenommen. Oh, Panzer. Gucken wir mal, dass wir uns da ein bisschen hinschleichen können. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Mann. So, wo ist er denn? Hallo. What? So, da unten ist der Punkt. Ich komme hier nicht mehr weg. Ah, was war denn das jetzt? Phönix? BTF ist Phönix? Hä, da war doch unser Mann drin gesessen, oder nicht? Nein. Also, so langsam gehe ich es echt auf. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Mann, jetzt. So, wir wechseln mal die Waffe. Frommse, schrot, tuse... Äh... UMP. Hatten wir ja schon lange, lange nicht mehr, und wir starten wieder irgendwo total sinnfrei, verdammt. Ach, da fmörsert sich einer ein. So, sieht gar nicht so gut aus, unser Punktestand. Oh. Ja, ja, halt's Maul, ich geh doch schon. Oh. Wie guckt's denn aus? Oh, wir sind 3-7, das ist ja mal echt... Ah. Da merkt man mal, wenn man ewig nicht mehr gezockt hat, dass dann da komplett rauskommt. So, komm, gib mir den Bus. Ich fahre einkaufen. Von wie hinter mir. Und schon wieder, Alter. Oh, ich könnte mich aufregen jetzt gerade. Ah, wir haben wenigstens einen, haben wir getötet. Wow. Uh, ha. Hier, komm, auf geht's zu ihm hier. Gut. Auf geht's nach da. Wer schreit denn hier? Hat er jetzt gerade auf mich beschossen? Ach, Mist. Dürfte er aber nicht mehr allzu viel haben, der Kollege, bei dem haben wir ja schon... Naja, 32%. So, hierfür wäre eigentlich so ein Zoom-Aufsatz richtig nett. Wir haben das Einsatzstil neutralisiert. Over. So, der kommt bestimmt links raus. Da ist er. Okay. Oh, rechts neben mir. Also langsam frage ich mich echt, ob ich irgendwo so ein ganz großes, mächtig leuchtendes Ausrufezeichen über meinem Kopf habe. Weil es ist egal, wo ich bin. Die treffen mich anscheinend überall. Komm, geh weg da. Hier, siehst du? Von hinten. Obwohl ich an fünf Leuten vorbeigerannt bin. Hier bin ich, glaube ich, voll falsch. So, komm, ich da ist ein Schmerzfeier. Nein, ich wollte das noch gar nicht. Mann. Der Kollege hier müsste ein bisschen schneller mit dem Waffenwechsel sein. Das wäre ein Traum. Das ist unser, oder? Mann, oh Mann. Moment, Uhrzeit? Okay. Ein Camper, ein verfluchter. Kickt ihn, bandt ihn, schlagt ihn in den Schädel ein. Hey, du bist nicht mein Tank. Natürlich hat mich von hinten einer erschossen, der da zufällig rumstand. Wir haben einen feindlichen Sniper in unserem Gebiet gesichtet, Uwe. Einen feindlichen Sniper? So, komm, wo? Jagen wir den Panzer zur Hölle. Okay, das Match ist eh fast rum. Blöde Sonne. Sehr schön. Und für den Rest habe ich auch noch was. Ich brauche sofort den Scheiß, Manni. Nein. Ich brauche den Granatwerfer oder sowas. Ohne Witz. Haben wir denn da irgendwas? Komm, OMP. Ach, da kann man auch die Ambrust nehmen. Guck mal. So, wo bin ich hier? So, und das war's. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben verloren. Irgendwie bin ich immer im Verliererteam. Keine Ahnung. Haben auch nicht besonders viel gerissen. 7, 14. Mein Gott, was war zu erwarten. Ist kein Team-Durf-Match. So, ein paar Punkte haben wir ja gemacht. So 10, 20. So, was mich wundert, dieser 2-mal Multiplikator. Der ist schon irgendwie lustig. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis dahin, eine schöne Zeit an euch. Und juhu, das Best 12. Tschüssi.